Hallo Jupiter Jones, ich bin Mambo Kurt. Ich möchte euch erst mal sagen, was für geile, 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 geile Songs ihr schreibt. Ich drehe sie immer lauter im Auto und das ist eine echte Ehre, denn ich drehe fast nichts lauter. Meine Frage, wer hat von euch den Text geschrieben zu eurem Superhit hier mit stille Gedöne da? Ich habe immer verstanden, als Ruhe bei uns wohnte und kein Bier. Ich habe kein Bier immer verstanden. Bin ich falsch? Seid ihr falsch? Wie kann sowas passieren? Das würde mich mal interessieren. Der Mambo hat das genau richtig verstanden. Das kommt noch aus einer Zeit, als wir uns das noch nicht leisten konnten, jede Woche einen Kasten Bier zu kaufen. Das ist gar nicht so lange her. Noch gar nicht so lange her und von daher war es immer Ruhe zu Hause und kein Bier. Mambo, gut zugehört. Vielleicht könnt ihr uns mal ein bisschen was rüberschicken. Wo kommt ihr eigentlich? Weiß man das? Wo kommt der weg? Jo. Weiß ich nicht.